Hallo, ich bin die Regina. Ich bin heute in Wien unterwegs bei den schönen Wädern und fahre jetzt ins Palmenhaus nach Hirschstetten, wo heute ein Musikvideo getragen wird mit lauter feschen Models und einem einzigen Sunnyball, den ich mir heute Backstage anschauen werde. Was wird dich heute erwarten? Ja, ich denke mal ein ganz lustiger Video, ein ganz lustiger Abend einfach. Ok, viel Spaß. Ja, Dankeschön. Warum bist du heute hier? Bei meiner Freundin hier, Frau und Familie. Ok, und was wird dich erwarten? Schauen wir mal, hoffentlich etwas Positives. Ok, danke, viel Spaß. Hey guys, how you doing? This is a special message to all of you. I'm actually near Hamburg, Germany right now, but I wanted to take some time to tell you a couple things. First of all, I want to give a big shout out to everybody that helped organizing this event. I know it takes a lot of work and time to do this, but the main reason why I talk to you now is because I want to thank all of you guys for being here. Without you, we wouldn't be able to shoot our music video. I really hope that you have a great time tonight. Enjoy every moment, have fun, and dance till you can't dance no more. I'm out. Peace. guys? I wanna turn around man, Drys. Knockin' Back Yeah I'm gonna sell my money on tree on tree on tree on tree on tree on tree I, 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 I feel you Das ist Superstar, das ist der erste Mal für euch zu sehen. Ich bin jetzt in Lübeck, ihr könnt es sehen, eine schöne Stadt, aber ich bin sehr froh, und ich bin sehr froh, dass wir uns wieder zurückkommen müssen. Wir haben jetzt ein neues Lied, das heißt »Tonight« von Viener Elektronik und Superstar. Wir werden eine CD-Presentation geben und natürlich eine Party-Presentation. Das ist auch total. Ich freue mich, das zu sehen. So, jetzt werde ich euch zeigen, was da los war und jetzt warten wir ungeduldig, bis die ZD am Markt kommt. So, jetzt werde ich euch zeigen, was da los war und jetzt werde ich euch zeigen.